Ostern steht vor der Tür. Der perfekte Zeitpunkt, um ein wenig auf Eiersuche zu gehen. Die Schokolade überlassen wir mal dem Hasen und schauen uns lieber die besten Entwicklergeheimnisse an. Habt ihr schon Ideen, welche Spiele dabei sein werden? Schreibt eure Geistesblitze mal in die Kommentare. Mal schauen, ob ihr recht hattet. Das erste Easter Egg fällt in die Kategorie Nette Idee, aber fast in die Hose gegangen. Auch wenn das Osterei selbst nicht wirklich spektakulär ist, die Geschichte dahinter ist es umso mehr. Dass Entwickler gerne Anspielungen auf andere Projekte in ihren Spielen verstecken, ist kein Geheimnis. So fand auch eine Zeitung ihren Weg in Uncharted 3. Darin ist etwas über einen tödlichen Killerpilz zu lesen. Na, klingelt's? Stichwort The Last of Us. Soweit eigentlich kein Problem. Wäre die Ankündigung von The Last of Us nicht verschoben worden. The Last of Us sollte ursprünglich auf der E3 im Juni 2011 angekündigt werden. Der Release von Uncharted 3 war erst für den November angesetzt. Die Ankündigung von The Last of Us verschob sich dann aber auf die Video Game Awards im Dezember. Und die Zeitung mit dem Easter Egg in Uncharted? Die wurde komplett vergessen. So erschien Uncharted 3 mit einem Hinweis auf The Last of Us. Ohne dass jemand wusste, dass Naughty Dog schon länger an dem Titel arbeitete. Und das sollte auch eigentlich bis zur großen Überraschung geheim bleiben. Doch wie das mit findigen Fans im Internet so ist, dauerte es nicht lange, bis die Zeitung gefunden wurde. Der perfekte Zündstoff für die Gerüchteküche. Einige der Theorien kamen sogar sehr nah an die Wahrheit heran. Naughty Dog war bisher allerdings dafür bekannt, immer nur an einem Spiel zur Zeit zu arbeiten. Damit wurden auch die Theorien wieder schnell im Keim erstickt. Nochmal Glück gehabt. Eine großartige Geschichte für ein Easter Egg zu einem großartigen Spiel, wiederum in einem anderen großartigen Game. Wir sind schon gespannt, was es wohl in The Last of Us Part 2 zu entdecken gibt. Bei Horizon Zero Dawn ist den Entwicklern von Guerilla Games das Timing auf jeden Fall besser gelungen. In ihrem Spiel haben sie drei versteckte Gegenstände eingebaut, die sich auf Death Stranding beziehen. Genauer noch die bisher erschienenen Trailer von Hideo Kojimas kommendem Spiel. Ihr findet eine Kette und Handschellen. Die trägt Norman Reedus im Ankündigungstrailer von der E3 2016. Außerdem gibt es noch die Puppe aus dem Game Awards Trailer vom selben Jahr. Besonders interessant ist aber, was ihr mit den Gegenständen machen könnt. Beim Spezialhändler in Meridian könnt ihr sie nämlich gegen eine mysteriöse Kiste eintauschen. In der Kiste finden sich weitere Kisten mit Metallscherben, ungewöhnlicher und seltener Mods, sowie warme Socken. Ja, wir wundern uns auch. Die Socken passen irgendwie nicht so recht ins Bild. Aber vielleicht löst sich die Verwunderung ja auf, wenn der nächste Trailer zu Death Stranding veröffentlicht wird. Oder habt ihr eine andere Theorie, was die Socken bedeuten könnten? Metal Gear Solid 3 ist schon etwas älter, beinhaltet aber trotzdem eines unserer Lieblings-Easter-Eggs. Und zwar den Bosskampf gegen den Meisterschaftsschützen The End. Ihr könnt ihn entweder in einem langwierigen Kampf, der sich über drei große Gebiete erstreckt, mit viel Schleichen und Geduld im Kampf besiegen. Oder ihr wendet einen unfassbar simplen, aber effektiven Trick an. Warten. Klingt komisch, ist aber so. Wenn ihr im Kampf mit The End das Spiel speichert, arbeitet die Zeit für euch. Wartet etwa eine Woche und ladet dann den Spielstand wieder. Das Ergebnis? The End ist an Altersschwäche gestorben. Der Gude war immerhin schon 103 Jahre alt. Schon ein bisschen fies. Sein letzter Wunsch war es, im Kampf gegen Snake zu sterben. Aber warum viel Aufwand betreiben, wenn man es auch einfach haben kann? Übrigens, falls ihr den Trick ausprobieren, aber nicht eine Woche warten wollt, haben wir noch einen Tipp. Ihr könnt auch einfach die Systemzeit eurer Konsole entsprechend umstellen. Das habt ihr aber nicht von uns. Der erste Teil der God of War Serie setzt auf ganz klassische Easter Eggs in Form von versteckten Nachrichten. Das Besondere an den Nachrichten ist, dass in der ursprünglichen Version nur kryptische Zahlenfolgen angezeigt wurden. Einige Spieler haben aber schnell bemerkt, dass es sich hierbei um Telefonnummern handelt. Hat man diese angerufen, wurde eine Sprachnachricht wiedergegeben. In der europäischen Version des Spiels wurden die Telefonnummern durch Videosequenzen ausgetauscht. Die Telefonrechnungen vieler Eltern sagen da wohl Danke. Die erste Nachricht schaltet ihr frei, sobald ihr das Spiel in Godmode durchgespielt habt. Der Name des Schwierigkeitsgrades ist Programm. Und daher hat man sich das Easter Egg dann auch wirklich verdient. In der Nachricht verrät euch Kratos das Schicksal von Ares und lobt euch zu Recht für eure außerordentliche Leistung. Die zweite Nachricht ist nochmal kniffliger. Hierfür müsst ihr die beiden Statuen in Kratos Thronsaal zerstören. Das dauert eine Weile. Die Dinger sind wirklich stabil gebaut. In dieser Nachricht versucht Kratos euch erneut zu gratulieren, wird aber von Chefentwickler David Jeffy unterbrochen. Kratos wäre allerdings nicht Kratos, wenn er das auf sich sitzen lassen würde. Während Jeffy euch zu gratulieren versucht, prügelt Kratos ihn prompt zu Klump. Jeffy bettelt noch um sein Leben, weil sie ja die Fortsetzung machen müssen, hat aber keinen Erfolg. Zum Glück hat das mit der Fortsetzung am Ende ja trotzdem noch funktioniert. Habt ihr schon Easter Eggs im neuesten Ableger der God of War Reihe gefunden? Wenn ja, schreibt uns eure besten Funde in die Kommentare. Erinnert ihr euch noch an den Kurzfilm Kara aus 2012, der angeblich nur ein Konzept war? Und der ganz ehrlich, ungelogen, auf alles geschworen nichts mit einem Spiel zu tun hatte, das sich damals in Entwicklung befand? Heute wissen wir, dass bei dieser Aussage ein wenig geflunkert wurde. Denn der Film war ein Teaser für Detroit Become Human. Den Beweis liefert das folgende Easter Egg. Im Zuge von Funktionstest soll etwas auf Japanisch gesungen werden. In Detroit findet er dann auf einem Schrottplatz einen kaputten Androiden. Der sieht Kara nicht nur ziemlich ähnlich, sondern singt auch dasselbe japanische Lied. Ein ziemlich eindeutiger Wink mit dem Zaunfall. PR-seitig auf jeden Fall eine ziemlich geschickte Idee. Einfach den Teaser als vermeintliche Tech-Demo tarnen und damit die Gerüchteküche anfeuern. Und das im fertigen Spiel auch noch zu würdigen, hat für uns zu Recht den zweiten Platz verdient. Wir haben übrigens gehört, dass der singende Android nicht das einzige Easter Egg im Spiel ist. Habt ihr schon andere gefunden? Der Kampf gegen The End im Metal Gear Solid 3 war schon etwas Besonderes. Aber den ersten Platz holt sich Konami direkt mit dem ersten Spiel der Reihe. Und zwar im ikonischen Kampf gegen Psycho Mantis. Hier nutzen die Entwickler etwas ganz Normales auf eine Weise, die bis dahin nie dagewesen war. Das Spiel liest Statistiken wie etwa die Anzahl ausgelöster Fallen, Spielzeit oder wie oft gespeichert wurde aus. Das Ergebnis präsentiert dann Psycho Mantis, der die Gedanken von Snake liest. Außerdem kann der KGBler seine telekinetischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, indem er auf Kommando euren Dualshock vibrieren lässt. Eines setzt dem Ganzen aber die Krone auf. Damit Psycho Mantis nicht mehr Snakes Bewegungen vorhersehen kann, müsst ihr euren Controller in den zweiten Port der Konsole stecken. Darum steht Metal Gear Solid auch ganz oben auf unserem Easter Egg Treppchen. Da wir eure Gedanken nicht lesen können, schreibt doch mal eure Lieblings Easter Eggs in die Kommentare. Kennt ihr Geheimnisse, die so versteckt sind, dass nicht einmal wir sie gefunden haben? Wir wünschen auf jeden Fall frohes Suchen und hoffen auf weitere Ostereier in zukünftigen Spielen.